Um 10.10 Uhr warm ab, um 10.15 Uhr werden die Norm 9 Kilometer Läupferinnen hier vorne beim riesengroßen Start hier bereit starten. So, für die nächsten 5 Minuten halte ich wieder mal die Klappe und lasse wieder ein bisschen Musik für euch auf. Wir sind sehr gut gesagt, dafür Ihnen allen vielen Dank und jetzt fallen die bei mir hier viel Spaß vor allem erst bei Brandenburg auf und denken Sie dann, es geht nicht um den Sieg, es geht darum mitzumachen, dabei zu sein und damit sind wir alle ganz schön Sieger. Na klar, wenn jeder kommt, kann man auch nicht so ruhig sein, das passt so. Und jetzt, wenn jeder kommt, kann man auch nicht so ruhig sein, das passt so ruhig sein, das passt so ruhig sein, das passt so ruhig sein. Und jetzt, wenn jeder kommt, kann man auch nicht so ruhig sein, das passt so ruhig sein, das passt so ruhig sein. Und jetzt, wenn jeder kommt, kann man auch nicht so ruhig sein, das passt so ruhig sein, das passt so ruhig sein, das passt so ruhig sein. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017